Hallo Leute von heute, was geht ab meine Freunde, endlich wieder back meine Freunde, endlich wieder am Start, endlich wieder Black Ops 3 Infos und so weiter, wird auf jeden Fall alles rausgehauen. Ich hatte jetzt schon leider in der alten Wohnung, haben sie mir vorher den Hahn abgedreht, also eineinhalb Wochen vorher hatte ich kein Internet, musste da mit dem Stick rumrennen und so weiter, war natürlich ein bisschen ätzend, weil jetzt habe ich wieder mal 51k, 9er Upload und so weiter, richtig so fresh ist so fresh, also werden auf jeden Fall viele Live Gameplays kommen und natürlich viele Livestreams, aber ich lasse mir da noch ein bisschen Zeit, weil ich noch ein bisschen in der Wohnung machen muss, ich muss noch malen und ich muss auch Tabby auslegen, aber das soll hier auch gar nicht das Thema sein. Nun ja, jetzt kann ich endlich wieder Videos für euch machen meine Freunde, das ist auf jeden Fall schon mal richtig cool und ich kann euch sagen, da wird sehr viel kommen. Ich freue mich jetzt schon riesig auf Black Ops 3, denn das was ich bisher gesehen habe und gehört habe, lässt mich auf ein richtig gutes COD hoffen, auch wenn jetzt schon manche sagen RIP COD, also dass es tot ist und so weiter. Zu den Leuten sage ich auf jeden Fall, unterschätzt nicht Treyarch meine Freunde, die haben bis jetzt immer richtig gute Arbeit geleistet und der Zombie Mode wird bestimmt richtig viele von euch flashen, das kann ich schon mal sagen. Das war irgendwie so ein ganz kurzer Ausschnitt in diesem Reveal Trailer und der hat mich jetzt schon umgehauen, ich denke mal die Zombies waren da irgendwie so im Bergbau, also es wird bestimmt wieder richtig gruselig werden und ich habe heute mal ein paar Themen für euch vorbereitet, also was neu sein wird, was richtig euch flashen wird und was Black Ops 3 so ein bisschen von Advanced Warfare unterscheidet, darüber will ich auf jeden Fall mit euch heute sprechen. Und da gehen wir auch gleich mal die Sachen durch, die natürlich neu sind und richtig euch flashen werden und natürlich fangen wir gleich mal an mit der coolsten Sache natürlich und zwar wird es für alle Vorbesteller natürlich eine Beta geben, also ihr könnt es euch jetzt schon vor dem 6. November natürlich testen mit der Beta, also für alle Vorbesteller natürlich, wie es im Battlefield Hardline war, ist auf jeden Fall ein cooles Feature würde ich mal sagen und ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden. Ich packe euch hier unten links mal kurz die Preise rein von MMOGA, also falls ihr es vorbestellen wollt und mich so ein kleines wenig unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich machen. Hier unten links seht ihr die ganzen Preise, also ich denke mal 20% günstiger oder so als bei Steam, wie immer. Also ich kaufe meine Spiele natürlich auch immer bei MMOGA und ich versuche natürlich meinen Kollegen das auch immer so ein bisschen weiterzugeben, wo sie das so ein bisschen günstiger holen können. Also falls ihr Bock habt, ich packe natürlich auch noch für Xbox One und PS4 werde ich dann natürlich auch noch einen Link raussuchen. Müsst ihr dann mal die Tage checken, ob ich da schon was rausgefunden habe. Also falls ihr mich so ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich da drüber einkaufen, würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Und ich habe mir da so eine kleine Sache ausgedacht, ich habe mir gedacht, wenn es wieder richtig coole Tarnungen geben wird in Black Ops 3, dann mache ich so ein Giveaway, also dass ich so ein paar richtig coole Tarnungen zurückgehe, ob das nun 20 Tarnungen sind, die ich denn kaufe. Kommt immer drauf an, wie viel ich natürlich über meinen Link eingekauft habe, dann kann ich dann natürlich euch auch was zurückgeben. Also sagen wir mal 10 Leute haben da eingekauft und so weiter, dann kann ich bestimmt 20 Tarnungen verschenken und die mache ich denn das Gewinnspiel mache ich denn wahrscheinlich über Twitch. Also werden auf jeden Fall viele Livestreams und so weiter auf jeden Fall noch später kommen. So, gehen wir jetzt auch mal gleich weiter zu dem nächsten Thema. Was ist noch neu, was wird uns noch flashen? Und zwar soll laut Treyarch die PC-Version 100% Dedicated Server erhalten und es wird wieder einen in-Spiel verfügbaren Forth Changer geben. Für die Leute, die natürlich es gewohnt sind, Minimum auf 80 Forth zu zocken, wie ich, darüber können wir uns auf jeden Fall schon mal freuen. Einige denken jetzt vielleicht Dedicated Server, ja, ja, das wurde uns natürlich auch schon in Advanced Warfare versprochen für die PC-Version. Aber meine Freunde, man sieht doch jetzt schon an Treyarch, wie viel Mühe sie sich geben. Erstmal mit der Beta, dann mit den PC-Anforderungen. Alles das hat Sledgehammer Games so früh nicht gezeigt und ich denke mal, wir können das alles schon mit der Beta testen und so weiter. Und ich denke mal, da sollten wir auch so ein bisschen auf Treyarch hoffen und ich denke mal, dass wir auch das mit diesen Forth Changer glauben können, mit diesen In-Game Forth Changer und mit den Dedicated Server, darauf können wir auf jeden Fall hoffen und ich hoffe, die enttäuschen uns nicht. Meine Freunde, das war es erstmal mit dem Gameplay. Ich werde jetzt gleich die nächsten Gameplays raus und werde auf jeden Fall viel kommen, meine Freunde. Ich kann nur sagen, abonnieren statt kassieren. Wir hören uns auf jeden Fall später noch oder morgen, muss ich mal sehen, mit den Gameplays. Ich werde es auf jeden Fall jetzt schon mal vorbereiten. Wir hören uns, bis bald. Ach ja, und ich hoffe, ihr freut euch, dass ich wieder zurück bin. Ich freue mich auf jeden Fall, für euch wieder am Start zu sein. Haut rein, bis dann!